Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Cevdesk. Wenn du mehr über Cevdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Mega die geile Stimmung hier gerade draußen. Also es sind richtig tolle Herbstfarben hier an den Bäumen und es ist dazu noch echt neblig. Das Ganze hat so einen richtig schönen Moody-Look. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hoffe, dass wir beim Eibsee dann natürlich nicht ganz so viel Nebel haben, weil sonst sieht man relativ wenig. Das wäre natürlich ungünstig. In den letzten Tagen, ich habe immer so bei den Webcams geschaut, da war es extrem neblig. Da hat man relativ wenig gesehen, aber für morgen früh ist gutes Wetter angesagt. Schauen wir mal. Es gibt so bestimmte Orte, an denen man noch nie war, die aber schon sehr lange auf der Bucket-Shot-List stehen. Einer von diesen Locations ist definitiv bei mir der Eibsee. Ich war noch nie dort, obwohl ich selber aus Deutschland komme. Und jetzt war es tatsächlich mal an der Zeit, diesen See zu besuchen. Ich bin zu einer Jahreszeit hingefahren, wo man natürlich sehr, sehr viele schöne Farben in den Bäumen drin hat. Der Herbst bietet einfach eine wunderschöne Jahreszeit. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man vom Wetter immer schon so ein bisschen gucken muss. Gerade am Eibsee, gerade unten da in Bayern, ist es oftmals so, dass man mit viel Nebel zu kämpfen hat. Und wenn es zu viel Nebel ist, dann hat man das Problem, dass man gar nichts mehr von der Location sieht. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man zwischendurch hier mal was völlig Unerwartetes entdeckt. Auf der Wanderung zum Eibsee einfach mal einen kurzen Abstecher direkt in den Wald machen. Man hat so viele tolle Motive hier. Ich bin völlig begeistert. Ich habe schon so viele Fotos gemacht. Unfassbar. Das ist einfach mega cool, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten man hier im Wald hat, verschiedene Fotos zu machen. Ich kann hier mit ganz vielen verschiedenen Strukturen arbeiten, mit dem Moos auf dem Boden, umgefallene Bäume, Baumstämme, mit Herbstblättern und so weiter. Und da kann man so viele verschiedene Motive finden. Das ist einfach unfassbar schön. Also ohne jetzt negativ klingen zu wollen, aber ich glaube, heute Abend kriegen wir hier keinen guten Shot hin. Das ist so neblig. Man sieht echt vielleicht maximal 30, 40 Meter. Und vom See sieht man hier oben eigentlich schon so gut wie gar nichts mehr. Als wir dann abends noch schön bayerisch essen waren, habe ich gleichzeitig mal bei Booking.com nach einem kleinen Hotel gesucht, damit wir wenigstens ein paar Stunden haben, wo wir schlafen können, wo wir die Akkus nochmal aufladen können, um dann am nächsten Morgen den hoffentlich letzten und zweiten Versuch nutzen zu können, um diesen See zu fotografieren. Als wir dann am nächsten Morgen aufgewacht sind und auf dem Weg wieder zum Eibsee waren, haben wir schon so ein bisschen gezweifelt, ob das was wird, denn es war wieder relativ neblig. und sind hingewandert und haben immer wieder so ein bisschen rüber Richtung See geguckt, ob es vielleicht doch ein bisschen besser wird. Und tatsächlich ist Wode besser und die Hoffnung stieg dann wieder so und man konnte immer mehr von der Zugspitze auch sehen und dann waren wir am ersten Fotospot. Der Eibsee ist durch Instagram natürlich sehr bekannt geworden. Man sieht hunderte von Fotos von dort und ist nicht umsonst auch einer der schönsten Seen in ganz Deutschland. Yes, endlich! Dieser Morgen sieht deutlich besser aus. Ich bin richtig froh. Aber wir sind ein bisschen zu weit gelaufen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein Stück weiter in die Richtung zurück, damit wir zu dem perfekten Spot kommen. Aber das hier sieht auch schon richtig gut aus mit dieser kleinen Insel da vorne. Ein bisschen Nebel im Hintergrund. Ein bisschen zu viel Nebel gerade, weil man leider die Berge nicht mehr sieht. Die Zugspitze ist leider im Moment ein bisschen verdeckt. Aber das ändert sich hier jede Minute. Bedeutet, einfach ein bisschen Geduld haben und dann kommt der richtige Zeitpunkt. Nummer 4, 2. ich war mega glücklich am ende weil wir tatsächlich ein paar schöne spots gefunden haben am albsee ich wirklich sehr zufrieden war mit der ausbeute der bilder und nachdem ich sie dann bearbeitet hatte war ich endgültig glücklich noch mal vielen dank an sevdesk für die unterstützung dieses videos sevdesk ist eine online buchhaltungssoftware welche dir deine buchhaltung extrem vereinfacht und deine belege digital abspeichert dazu habe ich ein gesamtes video erstellt welches ich dir oben noch mal verlinke